Hallo zusammen, ich hier ist wieder heute und ich will euch wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute geht es mal um ein paar Pepe-Kostüme, die wir jetzt in Patch 10, 2, 5 unterspielen können. Und zwar sind da insgesamt drei neue reingekommen. Und wer jetzt nicht weiß, was oder wer Pepe ist, es gibt ein Spielzeug, beziehungsweise mittlerweile gibt es sogar schon zwei Pepe-Spielzeuge, aber das ursprüngliche schimpft sich einmal transdimensionale Vogelpfeife. Und damit kann man einen Pepe rufen. Und diesen Pepe kann man mit verschiedenen Kostümen auch ausstatten. Da gab es in der Vergangenheit über die verschiedenen Expansions sehr, sehr viele. Und jetzt gibt es eben drei neue. Wir können jetzt einmal hier diese Pfeife mal benutzen. Und wie ihr seht, habe ich dann einen Pepe auf dem Kopf, der immer ein anderes Kostüm anhat. Das sieht jetzt so ein bisschen nach hier Revendreth aus, muss ich sagen. Sehr cool ist, ehrlich gesagt. Und da gibt es halt ganz viele verschiedene Kostüme. Genau. Zu der Pfeife habe ich, glaube ich, ein Video gemacht. Und ich habe auch schon zu alten Kostümen ein Video gemacht. Und jetzt schauen wir uns die drei neuen an. Und zwar einmal Drachenkellig, dann Forscherhut und Ohrenwärmer. Das sind die drei neuen. Und das erste können wir uns direkt in Waldracken holen. Und zwar sitzt Pepe da auf den Koordinaten 50, 53. Direkt auf der Treppe, die hoch zum Sitz der Aspekte führt. Also, und da sehen wir schon, wie er aussieht. Sieht so ein bisschen aus wie Alex Traser. Den können wir einfach anklicken, den kleinen Pepe. Und dann kriegen wir hier das Item ins Inventar. Das können wir lernen. Und wenn wir das nächste Mal diese Vogelpfeife einsetzen, dann kann es sein, dass Pepe quasi sich auch in diese Gestalt verwandelt. Das können wir jetzt auch gleich nochmal ausprobieren, wie er dann aussieht. Also, das ist aber komplett random. Kann natürlich sein. Achso, er hat sich, gerade eben war er sogar verwandelt, weil ich es eingesetzt habe. Hier seht ihr, da haben wir jetzt noch einen. Ich glaube, das ist vom Halloween-Event, oder? Meine ich. Genau. Gut, jetzt fliegen wir noch weiter und suchen uns die anderen zwei. Den nächsten Pepe haben wir jetzt auf einem Dach von einem Zelt. Und zwar ist das nicht irgendein Zelt. Wir sind jetzt einmal in der Küste des Erwachens. Und zwar hier im Lager Drachenschuppen, Basislager. Und dort sind wir auf den Koordinaten 47, 82. Und hier auf diesem Mainzelt haben wir quasi den Pepehocken. Den klicken wir jetzt einmal an. Und, ach ja, seht ihr, dann hat sich meiner hier auch gleich wieder in den verwandelt. Dann können wir uns auch ein bisschen besser angucken. Das setzen wir auch ein. Und ja, so sieht das Ding aus. Eigentlich ganz putzig mit diesem Hut, dem Forscherhut hier. Den letzten von den dreien haben wir jetzt einmal in dem Tuskerlager. Und zwar sind wir in Iscara. Das ist einmal im Azublauen Gebirge. Und zwar hier unten auf den Koordinaten 12, 48. Und da sitzt dann der Pepe der Tusker. Das ist dieser hier. Der hat auch so einen lustigen Bart und diese Tuskerhauer. Und natürlich eine Mütze auf. Den klicken wir jetzt auch noch an. Und unserer verwandelt sich jetzt auch in den gleichen, wie ihr seht. Und dann können wir das Ding natürlich auch noch lernen, dass wenn wir die Pfeife einsetzen, dass dementsprechend sich das auch in das verwandeln kann. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Pfeife noch einmal zum Abschluss und gucken, was wir noch haben. Ah, ein Pirat-Pepe haben wir auch schon am Start. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir am Ende von dem kleinen Video. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachsammeln. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.